Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute hier wieder auf dieser Bühne stehen darf, nachdem wir ja zwei Jahre lang darauf warten müssen. Wir beginnen jetzt mit dem Jugendbewerb. Wir haben heute drei Jugendgruppen, die separat gewertet werden. Die Lederhosen-Schleitzer aus St. Pantele umbeten. Herzliche Gratulation! An die Pfarrerangaben zum Leitmann! Power-Plattler aus Karl-Kirchen! Die Runde, mich hätten Sie gern bei der Anja und bei Oli Lerke was, uns unterstützen. Nur bei Donnen! Die erste Runde werden traditionelle Plattler sein, in der zweiten Runde werden wir dann wieder modernere Plattler sehen, für unsere Gruppen zum Besten gegenwärtig sein. Musik 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 Die Traditionen, glaube ich, zeichnen wir den ländlichen Raum aus, was wäre unsere Gesellschaft, unsere Gemeinschaft, ohne Traditionen, Musik 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 Ich glaube, das ist einfach wirklich was für jedes Abende, was man so nie gesehen hat. Das ist ein Hammer, wenn sich so viele Leute im Endeffekt bereiter können, auf die Bühne zu steigen und einfach die Tradition, die was von Sexisten ist, einfach darzubieten. Und dann kommt natürlich der Nebeneffekt, dass man einen Bewerb draus macht und einfach gar jeder was davon mitnehmen kann und sich einfach gegenüber anderen Gruppen liest. Bühne! Bühne! Flattln, was der Sohn verbindet. Flattln verbindet Pementen. Mich würde auch alle ehemaligen heiligen Berger in unserer Mitte begrüßen. Einen herzlichen Gruß an alle. Es war voll klasse. Es war echt cool zu anschauen. Die was noch bleibt, da wünsche ich noch alles Gute. Gute員 Das ist unsere Jury, jetzt kriegt sie uns hier als Publikum also auch noch mal zu sehen. Applaus, genau. Applaus, genau. Applaus, genau. Applaus, genau. Ich darf gratulieren zu einem sensationellen Ergegnis mit 553,3 Punkten zum Leibniz-Test-Partierern! Weil Heiling Birgel Wattler einfach geil schauen! Von der Hohelstein abdub, von der Bergen, und von der Seine, von der Förs abrazu, aus der Bühne die Auffomatik schreiten. Das ist gut, was ich schreit? Das ist gut, was ich schreit? Das ist gut, was ich schreit. Das ist gut, was ich schreit? Das ist gut, was ich schreit. Das ist gut, was ich schreit. Das war gigantisch, ja. Meine Damen und Herren, ich sage danke fürs Dabeisein, was auch nicht mag, einmal was sagen, bitteschön. Bleibt so einen Tag, geben wir noch gescheit Gas. Schau mir in die Augen, kleine Du bist der Notzatreine Rock Me and Go Twariu, Twariu, Mr. Tanzbund Go.